ZURFOLGE 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 ja also bei mir kommt immer so ein push von zwei raus ja ich meine du hast auch nicht so viele aktives haupt wie kille glaube ich oder? keine ahnung jungen also drei oh ja man es gefällt mir jetzt schon ach es geht schon los das wusste ich natürlich in der tat Nassjumpen ist erwünscht ja oder der Nazi spielt nicht nein och man wieso ja und ich habe mich schon auf die nächste Schwitzerrunde gefreut alter 58 fucking minuten Leute entscheidet euch man ihr braucht beim entscheiden länger als beim bauen selbst hier sowieso wie sowieso wie blöcke hier sowie blöcke unter dir ich habe hälfte untergefallen Fick mir Alter nein Gotti bau zu den Gotti zu den zu den Loll äh LLM-Klicker wer denn? Alfie ALF10 erstmal warst du klar dass die alle klicker haben erstmal angucken erstmal muten hier ich guck mal das ist jetzt mal Alter mein ich bin doch hinter dir kommt noch wer hinter dir rot down rot down rot down ja ich bin auch down mann unsere down oder deren down nein deren beide beide down ich bin auch down haha Lappen Alter Victor ist auch der ACU seit des Jahrhunderts ich kann auch weiter einfach wer bringt der jetzt Bau hoch Leute ja Victor du musst Bau hoch bringen so von mir Junge was geht bei dem voralsch Victor lenkt sich grad extrem ab Alter was geht bei dem Victor wir können nichts machen bringt einfach den Bau hoch der ist Victor da ist einer auf dem one second nein der äh der ist vor der base den hast du doch vor der base ja vor der base wir sind hier alle down gegangen ja Victor ist okay dir irgendwie war die Abbrüse doch nicht so geil wie ich dachte jetzt haben die Bogen ach du bist dieses dinge da aus dinge los bringt einer grad hoch ich brauche ich brauche eine Bronze okay ihr müsst jetzt unbedingt safe bauen so vom ding her weil ich kann oben glaube ich auch nicht ewig kalt man jetzt wird schwierig aber was Alter der kann nicht abschließen Justin der weiß aber nicht als ich Bau habe äh doch das du gehst noch nicht mit dem Bau hoch nein der hat Brustplatte Justin was machst du da läufst du auch noch zick zack Justin macht das gut Justin macht das gut hast du diesen Skinwort ich hab's hier Justin ist oben Justin ist oben mein Freunde der Bau denkt halt dass ich den Bau habe ähm ja Justin ist oben irgendwer muss unterstützen ja ich bin da ich bin doch auch oben zieh den Bau ab ey wisst ihr es wird safe so sein dass der Bowsbam und mich jetzt gleich runter haben wird und es ist so Marcel um die Ecke stehen ein paar halt mal kurz im Maul ich baue ihn safe Alter ich bin One-Shot die Ecke stehen da trotzdem welche ja ich bin One-Hit Alter das ist ey dieser Alfie Mann der überlegt hat mir das so gesehen ne ich fuhre mal kurz auf einmal ich bin One-Hit ne ey Cotty der steht da immer noch ne ich hab auch ich hab die Ecke ich kann nicht 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 ich bin auch One-Hit ich bin One-Hit brah hat wer Food hat wer Food Leute Food wär zu nice hab ihn oder äh 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 ne jetzt hast du ist der Kulis auch am Autoklicker nutzen nein er geht runter er geht runter ich geh mit Food hoch ja wir bräuchten alle Food und Blöcke wir sind auf 176 Mann und ich will OP wegbauen als ob wir oben haben Jungs ja es wird der CW der schon mal runder ist geschehen Tim mal kurz haben wir grad echt oben jetzt oder ja aber wir verlieren weil wir ja oben haben also es ist jetzt so weißt du willst du ne Side Base können wir unten kontern hat mir jemand so weit oben dass wir unten kontern Victor oder warte hier ich geb dir noch ein paar Blöcke die kontern unten das ist ein bisschen weil ich muss Baseball machen ich weiß gar nicht wie einfach hier Food bau einfach raus ich muss halt Baseball machen jetzt wurde das Food dreimal abgebrochen ich brauche äh noch ein paar Blocks irgendwie 6 oder 7 Victor ich bau dir ne richtig weite Side Base also besser abgebrochen als die Kunst Victor 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 ja ich hab hier ähm Helm und Schuhe hab ich dir hingejobbt ich hab mir die Hose nicht geklappt nice alter aber die Hose wär auch schon schnickig ja warum deinen großen Schwanz muss doch jeder sehen bra wollte ich auch sagen oh no den großen kleinen wiki-dimmel Kotti die großen kleinen wiki-dimmel die großen kleinen wiki-dimmel alter den oh nein Kotti du ey Kotti wärst du so freundlich und bringst du mir nen Kopfweb mit hoch natürlich bro alter das ist nice man ich kann endlich mal bei Paranoia wieder MLG hin alter das letzte mal dass ich bei euch MLG hin hab vor einem Monat oder letzte Runde wo du auch ein MLG gemacht hast echt war nicht auf großer Höhe aber ja mal und das waren drei Blöcke Kotti wollen wir gleich eine Bitte ähm ne Base am One-Stick ja ich soll Food hochbringen ich soll Coopweb hochbringen ich soll ne Hose hochbringen für den der keine Hose hat ohhh Leute 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 Victor Food 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 Victor was für eine möchtest du denn haben Fischi die Golbe große Paar Blöckere mit ja Fischi Justin was für eine möchtest du haben einfach da vorne Ok da reicht schon eine Gelbe wo hast du Zeit Victor du hast das Zeitbash da noch ein paar Blöckers kann ich nie weiter einstürzt da 5 alter nicht so viele man komm mal mal wir haben oben und wir haben gerade eine runde gewonnen 58 minuten ja 58 minuten die haben ungefähr zehn martin t gefällt ungefähr zehn mal eine rettungsplattform ungefähr zehn mal ich habe stärke ich habe stärke ich habe ich gesagt dass man eben gut ist nein habe ich nicht ich habe gesagt und es stimmt sogar bittsch pass mal auf denn ich sperme gegen dich ja das ging ja auch ganz schön schnell so erst mal f5 noch weiter spielen oder wollte bänden die gar der eine ist hallo live stein hat er aber nicht weiß und so viel das ist ein wundbar eben ja so blöcke ich war nicht so offensiv na die sind scheiße können ja ich habe auch gar nicht gedacht was sie gemacht haben dass sie mich nicht entdeckt haben ja das war mega easy wir haben da alles wieder freigebaut fürs mlg habe ich meine pilz und ich wollte meinen tnt schutz bauen die werden sicherheit übelst in die base vercampen wenn wir jetzt mit zehn schafften kommen ja die kann ich machen darf oder die werfen halt noch eine ep so wie ich über den ep schutz und dann nicht nur die base ja warte 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 ey justin wenn ich gleich daumen bin dann komm ich und baue einen ep schutz ok ähm Victor von vorne kommt noch wer ne oder von hinten oder ne doch war nur ist weg von nur ist weg also 385i er hinter dir Victor genau da bin so krass und hinter dir so viele hinter dir hey ne mann aha Victor bvp noob hattest du den bogen ja eventuell nein wie bist du down gegangen mann er ist runter gegangen ey Victor hör doch auf mann ey wir sind eh easy mann geh jetzt sofort wieder hoch mit dem bogen Victor mach nicht so n kack alter jetzt mal ganz ehrlich der war seit fünf Minuten da oben die haben nicht wahrgenommen aber was soll das mal was geht denn die haben nicht wahrgenommen die Cotti warte auf mich Cotti warte auf mich hey 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 du kannst mir nicht gehen die hoch gerade wieso kann ich nicht hitten alter hab einen down mit fünf mit zwei down mit zwei down das ist null clip das ist null clip ja komm ich richte ab dir ja ich sag auch mal ich hab mal eure abonniert MicTap